Seid ihr bereit Freunde für den Kampf in der Arena und ja also ich bin es auf jeden Fall. Ich denke mal wir werden jetzt gegen Kraven kämpfen und ja ich freue mich dass ihr wieder da seid und mich nicht alleine lässt hier in diesem Kampf. Madame Web, ich rede gerade mit meinen Zuschauern. Ja also lass mich mal in Ruhe. So und ich bin mal sehr gespannt was jetzt passieren wird und ob das Level auch wirklich fertig ist. Also es wäre schade wenn es jetzt so Ende ist. Weil ich habe nämlich gesehen ich musste noch 20 weitere Embleme finden. Ich musste noch ein paar Aufgaben erledigen. Aber die habe ich alle nicht irgendwie nicht hingekriegt. Vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit irgendwie noch ein paar andere Embleme zu finden. Aber mal schauen was passieren wird. Also erstmal ab in die Arena und Kraven in den Hintern treten. Jawoll. Ich denke mal. Wenn zwei Männer entdecken und ein Mann rauskommt. Ich bin richtig? Wow. Ich liebe deine Hedriffen. Ist das von der Skull? Kann ich sagen ein Accoutrement? Vielleicht etwas von der Webingen? Ha! Klassiker. Ah, das ist der Riese bestimmt. Au. Oh. Den kann ich greifen? Nee. Ich kann den aufwimpfen, also... Wow. Ey, ganz ruhig beim Kumpel. Aber es hat funktioniert. Was nimmt der für Anabolika? Oh. Geil. Das war die Attacke, die man einsetzen musste? Coole Sache. Oh. Still, he lives. Oh, I thought I taught you better than that. Reimann! 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 I promised to show you a true hunt. I promised you a victory. And I am a man of my world. And now, the end game. He's blinded by the thrill of the hunt. Wait for him to lunge, then strike. Oh, der Kampf gegen Ray... Ray... Raven! Gut, au. Ich kann hier irgendwelche Säulen zerstören. Sind das die Säulen? Nee, das sind GD-10. Das ist fies. Oh, halt mal unten. Hast du gerade einen Duncan mit mir gemacht? Oh, hast du gerade einen Duncan bei mir gemacht, du? Arsch, ey. Ah, jetzt hat er gerade den Boomerang eingesetzt. Ob er überhaupt einen Boomerang hat? Keine Ahnung. Irgendwie bist du nicht stark, irgendwie. Aua. Wer sagt das? Wer sagt, dass ich in Trouble bin? Was denn jetzt? Schurken schlagen manchmal zurück. Bleib wachsam und weiche Angriffe aus. Okay, was muss ich nicht machen? Ah! Action Adventure Time. Cool, nice. Gut, dass es nicht irgendwie durch diese Bewegungssteuerung ist, weil die gab es nämlich auch. Zeit zurücksteigen, hol ihn dir. Links, nach oben, okay, rechter Stoß, bla bla, okay. Dicker Haken, rechter Haken, bam. Gut gemacht. Halte die Augen nach Angriffen offen und schlage zurück. Und wenn du Gelegenheit dazu hast, denk daran, dass du effektiver bist, wenn du weniger vorhersehbar bist. Gut, dass es unten angezeigt wird, weil sonst hab ich Probleme gehabt. Hör auf! Ja, ich bin ein bisschen stark, mein Freund. Gibt es das bei jedem Endlustkampf? Cool. Oh, nein. Oh, komm schon. Oh, jetzt braucht er schauen. Oh, schön angeglückt. Oh, nein. Oh, nein. Das ist auch nicht. Oh, nein. Das macht mich nicht. Das macht mich einfach, bitte. Oh, genau. Oh, nein. Das war's. Da kommt mir ein Gregg. Das ist ein Nichts. Ja, ich stelle mich gerade nicht so schlau an, aber es ist ja der erste Fight erst, also. Halt die Klappe. So, letzter Angriff. Los, rechter Haken. Au. Weiß nicht überhaupt, ob ich das richtig mache. Komm her. Na. Das war's. Das war's. Hat den das mal schön in die Fresse gehauen und wirft den das mal weg und, äh, wo ist Craven? Oh, aber ich hab übelst viel Schaden, äh, einstecken müssen. Ähm, gibt's hier ne Spinne? Spinne, Spidey, halloo. Nö. Dass ich mal freiwillig auf Spinnensuche gehe, ist auch mal was Neues. Aber hier scheint keine Spinne zu sein, oder? Hallo? Jetzt ist da unten eine. Nö, 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 nö. Okay, weiter jetzt. Ja, äh, ich hab... Danke. Das wollte ich ja nicht haben. Aber er hat's grad irgendwie nicht eingesetzt. Keine Ahnung warum. Okay. Ah, ne Spinne! Zwei von acht versteckte Spinnen. Mal gucken, wie viele Kämpfe ich hier gegen Craven, äh, ausfüllen muss. Hallo! Noch ne Spinne. Ich glaube, jetzt quillen nicht erstmal noch ganz viele Spinnen. Äh, ich würde mich auch gerne mal irgendwie heilen. Geht es das möglich? Ja, jetzt kann ich hier die ganze Zeit diesen Spinnenschuss machen, aber davor konnte ich's nicht. Kann man wo ne Spinne? Spinne? Spinne! Nö. Keine Spinne. Okay. Aber der Kampf war cool irgendwie. Ich habe mich abandondert, weil du eine Mockerung von meinen Übungen gemacht hast. Es war nicht so eine Mockerung, wie eine komplette Schande. Ich habe geflogen. Und jetzt habe ich nichts mehr. Keine Dägenheit. Keine Ehre? Sergej, mach nicht was, was du vergleichen. Nichts, was mich anzupassen hat, zu benutzen. Yes. Great, you did something I'll regret. Whoa, where do you... Right behind you. Ah, such father. I have the speed of the tiger, the strength of the lion. And like the great cats, I shall play with my prey. Hey, Kraven, how did you snare that fragment anyway? I am not completely ignorant in the ways of modern man, my friend. I secure the dog on the internet. Hey, no kidding. Hey, no kidding. Hat er gerade gesagt, dass sie das aus dem Internet geholt hat? Man, dieser Ficke. Der nervt. So, ich gebe dich auf den Sack. Und du auch. So, lass den Scheiß. Und du kriegst das hier auf die Fresse. So, durch, durch. Oh, hier muss ich irgendwelche Säulen... Ich denke mal, das sind die Säulen, die ich hier alle zerstören darf. Gucken, wie das passiert. Ähm, muss ich mal gucken. Gibt es auch noch eine Spinne? Ah, jetzt ist er da oben. Was haben wir denn da? Da is auch irgendwas für Wurdermacht. du kannst mich jetzt mit der power ages und feind ist ausal wir noch was? Ah, da sind noch ein paar Typen! Hallöchen! Nein, nicht dahin! Hallo! Hast du mich gerade angegriffen, während ich gerade angekommen bin? Du feige Sau! Hey! Zack, ist erledigt, tot, ist erledigt. Aber hier gibt es noch jede menge von diesen ganzen Embleme. Ich hoffe, ich habe wirklich nicht zu viele übersehen, aber warum? Warum fliegt er auch immer runter? So! Wow, Jungs! Bleib mal ganz ruhig! Ey! Hey! Ich würde ja noch einen armen, ey! So! Boah! Nächstes Mal lasst ihr das einfach sein und ich kann meine Krüge nehmen! Mann, no Meter! Immer wieder muss man hier alles selber machen! Ey, ich will gar nicht runter! Ich will gar nicht hoch! Nein, da habe ich keine Möglichkeit, mich irgendwie zu heilen! Also, ich habe noch keine rausgefunden! Halt die Klappe! So! Und du? Der mich die ganze Zeit abgeschossen hat? Kickt! Kickt jetzt auf die Fress! Oh, das war's! Ich muss ja irgendwelches... Kann ich hier irgendwelche Säulen kaputt machen oder sowas? Das ist jetzt schon der feine Fight! Keine Ahnung! Diese Säulen machen mich gerade ein bisschen... Mann, halt die Klappe! Halt die Klappe! Das kann ich doch kaputt machen! Jawoll! Ich kann es kaputt machen! Ah, nee, ich musste ja aktivieren! Ach, dass ich nach oben komme! Schade! Ich dachte, ich habe jetzt hier irgendwie einen geheimen Secret-Way herausgefunden, aber nein, natürlich nicht! Gut! Okay! Schade! Das war das andere Ding, da war doch auch irgendwo was, was ich aktivieren musste, oder? Ach, da! Guck mal, hier! Zweite Plattform! Was passiert jetzt? Jetzt sieh! Den wunderbaren Aufzug! Der fährt nach oben! Okay! Gut! Der zweite Schalter ist offen! Ah, Mist! Ich krieg leider nicht die... Äh, Dings noch hin! Mal Eddie! Nach oben laufen! Lauf, Peter! Lauf, Peter Parker! Lauf, Peter Parker! Hm... Num 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 num... Da war der nächste... War hier der Schalter? Äh, wo muss denn jetzt hin? Ah, Dala! Sag doch einfach mal, wo ich lang muss! Hey! Nicht angreifen, wenn ich angreifen will! Ihr wisst doch... Ihr kennt doch die Regeln! Jeder Gegner in jedem Action-Spiel muss diese Regel kennenlernen! Erst greife ich an... Jawoll! Ganz richtig, Peter! Hast recht! Und dann dürfen wir erst die anderen greifen! So ist die Regel! Ich hab diese Regel nicht machen... Die macht, also... Ist immer so! Ah, 4 von... Die Hälfte von den versteckten drin zu finden, ist schon mal ne gute Sache! Das ist gar nicht, wann ich brauche mich auch... Ah ne, ich hab noch ein paar Minuten... Ist echt schon 20 Minuten vergangen! Das kann gar nicht sein! Ihr seid noch nicht dran, erst seid ihr dran! Ich wollte gerade seinen Kumpel angreifen, auf einmal kommt der Fette... Ey, ey, du! Lass das! Ich greife deinen Kumpel mit der Pistole an und du greifst mich an! Was soll denn das hier? Stört er mich einfach beim Angriff hier? Macht man nicht! Ganz, ganz böse! Gibt böses Muju! Ich seh dich auch, mein Freund! Ja! Ich hab dich auch gesehen! Und jetzt wirst du in die Fresse gehauen! Ist das nicht schön? So, zwei Plattformen noch... Ich komm ja gleich! Ich bin doch gleich da! Oh, wer schießt wieder mal auf mich? Du da! Immer müssen die hier nerven! Ich gewinne wieder! Danke für die Spielung! Danke für die Spielung, Daisy! Was? Sie haben nicht jemanden mitgebracht? Mir fällt gerade drauf, ich hab nur noch ein paar Upgrades. Vogelfresser! Spider-Man macht einen starken Luftangriff, der Gegner in eine Weile aus dem Köpfen befördert. Ja! Gute Idee! Spider-Man hat nur Geschwindigkeiten und Schwung des Netzheaps, um einen mächtigen Schlag auszuteilen. Ja! Nehm ich! Nächstes! Nehm... Was ist das? Mache eine Kette mit vier Treffern mit diesem verbesserten Variante des Spinnenangriffs! Oh, ich krieg ne neue Kombo! Aber erstmal nehm ich den hier! Der ist cool! So, Freunde! Jetzt geht's weiter! Jetzt hauen wir wieder ein paar Leute in die Fresse! Leute, lasst das doch mal! Warum denn immer so anstrengend hier alle? Jetzt ist aber mal gut hier! Jetzt ist aber mal gut hier! Ja! Also... Lass die Scheiße und stirb einfach! So, der andere gibt irgendwie gar keinen Schaden ab! Keine Ahnung warum! So! Ich hab doch die Spider-Sinne eingesetzt! Schön am Rücken angreifen! Da liegt das doch am meisten! Und... Jetzt nochmal Greif-Action! Schön der Spider-Hammer! Und das doch dazu! So war's doch schön! Ähm... Wo ist denn der Schalter? Ja gut! Aber das muss ja noch aktivieren! Schalter mal sehen! Moment! Cookie Cookie machen! Das ist der Hauptschalter! Den kann ich noch nicht aktivieren! Ja, das ist nämlich noch nicht das Kreis-Symbol entschieden! Erst wenn das Kreis-Symbol erscheint, wissen wir ja, können wir ja in so einem Spiel irgendwas machen! War das nichts mehr? Ähm... Ah, so komm ich... Achso! Moment mal! Das ist der... Da ist noch was! Ne, wir wollen runter! Nicht nach oben! Aha! Achso! War einfach nur ne Falle oder wat? Ach, da ganz unten habe ich das übersehen! Okay! Gut! Gut! Vier von fünf Plattformen! Wo ist das letzte? Die ist bestimmt ganz oben, oder? Naja, die ist das da ganz oben! Gut, okay! Und damit können wir die dann öffnen und dann ganz nach oben schwingen und dann ist alles schick, alles schön! Hätte man mir auch mal sagen können, dass du ganz nach unten gehen musst! Aber nein, es wurde ja nicht gesagt! Bestimmt wurde es gesagt und ich habe es wieder mal nicht gelesen! Aber, ähm... Ich weiß jetzt gerade nicht, wann ich die Aufnahme gestartet habe! Deswegen... Äh... Könnte dieser Part jetzt ein bisschen kurz werden? Und... Äh... Na komm schon! Wo geht's nach oben? Nach da lang! Oh! Äh... Da! Da! Da ging's nach oben! Zack! Da! Dann noch hochklettern! Und den Schalter aktivieren wir noch und dann öffne ich den Part! Und... Bam! Ah! Wir gehen noch höher! Was? Ja! Wir bewegen uns nach oben! Oh! Warte mal! Ich glaube jetzt kann ich nicht den Part beenden, weil wir kommen ganz zum Grande Finale! Ich mache noch ein bisschen länger! Ja! Keine Werte! Keine Distrackten! Hier! Jetzt! Es endet! Für einmal sind wir und ich total in Bezug auf! Raven! Bin sehr gespannt wie der ablaufen wird! Ich sage danke fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Part hier von Spider-Man Shattered Dimension! Ich weiß ich bin wieder ein Arsch aber diesmal werden wir den Part auf jeden Fall beenden! Macht's gut! Bis zum nächsten Part! Ciao! Ciao! Ciao!